Willkommen in Eindhoven im Süden der Niederlande, wo die Bayern am Dienstag schon im vierten Champions-League-Gruppenspiel das Achtelfinalticket lösen können. Die Voraussetzungen sind doch eigentlich optimal. Vier Siege im Rücken, dazu sieht es auch personell gut aus. Nur Martinez und Ribéry fehlen. Rafinha hat sich wieder zurückgemeldet. Carlo Ancelotti könnte also die Rotationsmaschine wieder anwerfen, will er aber nicht. Morgen ist es ein sehr wichtiges Spiel. Wir wollen mit diesem Spiel qualifizieren. Wir haben wieder drei Spiele. Wenn es möglich ist, wollen wir auf die erste Position erreichen. Ich werde morgen die beste Länge aufsetzen. Auf einen wird Ancelotti ganz sicher nicht freiwillig verzichten. Arjen Robben in Topform und dazu noch eng verbunden mit PSV. Hier in Eindhoven begann in jungen Jahren seine Weltkarriere. Besser geht es nicht. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe mich schon bei der Auslösung sehr riesig gefreut. Was kann man noch dazu sagen? Es ist etwas ganz Besonderes, wieder zurück zu sein hier. Ich freue mich wirklich auf das Spiel morgen. Schöne Erinnerungen also an diesen Rasen hier im kleinen, aber feinen Philips-Stadion in Eindhoven. In dem Spieler wie Romario, wie Ronaldo, wie Ruud van Nistelrooy gekickt haben. Also jede Menge Prominenz. Thiago hat keine PSV-Vergangenheit, ist aber in ähnlich bestechender Form wie Arjen Robben. Umso schöner, dass wir heute direkt nach der Ankunft im Teamhotel die Möglichkeit hatten, mit ihm zu sprechen. Wenn Atletico Madrid gegen Rostov gewinnt, wärt ihr fix im Achtelfinale. Trotzdem ist das große Ziel Platz eins, oder? Ja, sicher. Wir sind einer der besten Team der Welt. Wir müssen für den ersten Platz kämpfen, weil wir das Team und Spieler haben, um das zu machen. Mit breiter Brust und einem guten Gefühl ist unsere Mannschaft also nach Eindhoven gereist. Einen Spaziergang erwartet aber trotzdem keiner, auch wenn es natürlich gelegen kommt, dass PSV kurzfristig verletzungsbedingt auf Stammkeeper Geroun Sud verzichten muss. Hey, don't ever click here, here or here. Don't do it, never.